Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge von All The Mods 9. Und der letzten Episode haben wir ein bisschen gezaubert und Rituale gemacht. Ihr seht schon, wir haben ein weiteres Item fertig bekommen. Wir haben jetzt schon drei hiervon. Wir hatten Arcanis und Verbinden abgehakt. Und heute, ihr seht schon, wollen wir eventuell Richtung Botania mal gehen. Aber ihr könnt ja mal schauen, wie aktuell mein Questding aussieht. Leute, hier ist alles grün und abgehakt. Seht ihr das? Abgehakt, abgehakt, abgehakt. Gut, hier noch nicht, aber abgehakt, abgehakt. Abgehakt, abgehakt hier. Botania ist so ein kleiner Klumpen, einfach nur an der Seite. Da können wir hingehen. Uns fehlt jetzt noch Verbinden in Ars Nouveau. Botania, Blood Magic. Hier ist Silent Gear so ein bisschen was. Das ist Nomadic Craft. Industrial Foregoing. Und hier auch nochmal Iron Spells und Spellbooks. Und das muss ich nochmal herstellen. Und ein Singularity Core. Aber dann sieht es so aus, als hätten wir es so langsam. Diablöcke fehlen. Die werde ich, denke ich mal, vielleicht auch noch jetzt heute in dieser Folge sogar hinkriegen. Als aufwendigsten Nether Stars, da habe ich erst 13% fertig. Aber da bin ich auch aktuell all in und kann nochmal gucken. AFK-Zeit macht's. Leute, das sieht extremst gut gerade aus, wie wir vorankommen. Ich würde sagen, heute geht's mit Botania los. Aber eine kleine Sache davor noch, die ich jedenfalls mit abhaken kann. Hier gibt's nochmal so ein Mini-Portal. Irgendwie braucht mir so die Trophäen. Und hier brauche ich das Mini-Portal als Crafting-Ding. Und ich würde nochmal so ein Mini-Portal heute craften. Dafür packen wir die Snow Queen Trophy in die Mitte und awakenen die. Und dann kriegen wir das Portal raus. Und übrigens, wie immer, Call to Action in jeder Folge. Wenn ihr Bock habt, schaut vorbei. Mal mittwochs bis sonntags. Zwischen 19 und 20 Uhr geht der Stream los. Und dann könnt ihr auch live gucken, wie wir die Folgen machen, mithelfen. Oder je nachdem. Das ist übliche halt. Ja. Ich habe hier auch schon losgelegt bei dem Awakening-Altar. Ich habe die Essenzen überall hier reingelegt. Und ich habe auch schon mal die Blöcke dabei im Inventar. Wie ihr es hier sehen könnt, ich habe Night Metal, Steerleaf, Fiery Metal und Carminite-Blöcke. Oder einen. Gerade so haben wir einen bekommen durch einen Run von allem jetzt hier. Gut. Und ich weiß nicht, ob das funktioniert mit diesem Quick-Minded Snow Queen Trophy of Health. Aber ich hoffe, es geht. Es sieht so aus, als würde es gehen. Mini Twilight Forest Portal wird entstehen. Und da ist es. Sehr gut. Quest hakt sich damit ab. Das fühlt sich schon mal gut an. Dann kann ich die ganze Sache noch wieder raus tun. Dann haben wir jetzt das abgehakt. Da gibt es einen Rare Reward. Dann haben wir einen Dia Furnace. Alles klar. Das kann ich übrigens auch eigentlich mal claimen hier. Und den Soul Gem, den haben wir auch längst. Da hole ich mal einen Boat-Nipod raus. Ja, moin. Gut. Und dann ist jetzt die Frage... Ich mache mal das Feuerding nach oben. Hiervon fehlt Philosophers Fuel. Hier fehlt nicht mehr viel. Also ich glaube, dass Flash und Rainbow... Also wenn ich mal ganz kurz hier... Nicht fälscht. Flash und Rainbow habe ich hier. Ihr seht, hier fehlt nur noch ein Item. Und das ist der Tyrant Steel. Von Silent Gear. Und ich habe keinen Plan, wie ich das Zeug herkriege. Also auch hier, wenn man draufklickt, ne... Irgendwie aus Nuggets. Aber Nuggets kann ich nur aus Ingots machen. Oder Blöcke. Und Blöcke kann ich nur aus Ingots machen. Also muss ich ja die Ingots irgendwo herkriegen. Indem ich Tyrant Steel Dust irgendwie noch hinkriege. Wie kriegt man Tyrant Steel Dust? Indem ich wieder einen Ingot klein habe. Also das sieht aus, wie wenn das ein Kreislauf wäre. Ich habe keine Ahnung, wie man das Zeug rankommen soll. Und das werden wir noch rauskriegen. Gibt es eigentlich von Silent Gear hier noch irgendwie? Wahrscheinlich hier in diesem Metal Alloyer. Auch nochmal eine Quest. Probably irgendwie was. Ja, irgendwas in der Richtung. Vielleicht kann ich das mit dem Metal Alloyer dann das herstellen. Tyrant Steel. Aber da gucken wir einen anderen mal. So. Ich wollte nur sagen, hiermit auch hier fast das nächste Item fertig. Wir pushen durch. Und ich bin ein sehr guter Dinge, dass wir es noch zeitig sehen kriegen. Alright. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ne, lange Rede, noch längerer Sinn. Denn wir fangen jetzt mit Botania an. Und Botania ist wieder ein Giga-Quest. Botania habe ich zuletzt gespielt, weiß nicht, vor sieben Jahren oder so. Seven Years Ago in Minecraft Sky habe ich hier das Terror Steel ausgepackt und alles weggerockt. Und wir müssen nach hier hinten gehen zu den Gaia-Spirits. Also Chat meinte, das wird auch eine Weile dauern. Also mal gucken, ob wir das heute abschließen können. Ich hoffe ja. Deswegen, wir legen einfach mal los und gucken mal hier. Wir müssen ein Petal Apothecary herstellen. Und dann starten wir mal damit. Ich vermute mal, dass ich alles hier drin habe. Mystical Purple Petal. Nehmen wir mal her. Zack. Und dann haben wir das Ding abgeschlossen. Jetzt haben wir ein paar Blumen bekommen. Übrigens, die habe ich ja gesammelt überall hier. Diese magischen Botania Blumen. Die meisten haben Haken dran, ne? So. Jetzt haben wir ein paar Blumen gesammelt. Und wir können jetzt anfangen. Die Teile start converting the basics flora. Die grundliegende Flora. Die Flora ist wahrscheinlich auch irgendeine Energie oder sowas. In diesen Petal Apothecary. Ach Gott. Kannst du nicht ausnehmen. Apothecary oder wie auch immer. Apothecary. Okay. To start an, it's an engine from mystical flowers. We need to fill there with water. Okay. Also Wasser reinkippen. Einfach rechtsklicken mit einem Eimer. Erstmal. Wenn man dann items erstellen will, muss man die entsprechenden Items da reinschmeißen in das Teil. Rechtsklicken mit einer leeren Hand. Will die Items davon wieder rausholen. Wenn das Rezept vervollständig ist, wirst du ungefähr 20 Sekunden haben, um mit einer leeren Hand drauf zu klicken. Um das letzte Rezept nochmal wieder neu aufzufüllen. Das macht es einfacher mehr, wenn du mehrere Items einer Art erstellen willst. Okay. Gucken wir doch mal hier. Habe ich jetzt die Flower Petals gekriegt. Wahrscheinlich bekommt man die, wenn man die großen Blumen umwandelt. Aber wir machen mal, ich würde sagen, die Hexe für Botania brauche ich ein bisschen Platz. Und ich würde aber sagen, ich habe hier oben schon alles mit Hexerei voll gebaut. Gehen wir mal für Botania hier vorne hin, okay? Da kann ich eventuell im Boden auch wieder eine Fläche bauen. Oder soll ich es offen lassen? Ach, dann ist es erstmal hier offen. Da standen immer die Maschinen und alles. Ich denke mal, ich baue das irgendwo hier so hin. Und dann kann ich erstmal ganz simpel anfangen mit dem Teil hier. Vielleicht noch ein, zwei nach links hier. So, und dann ist das jetzt so wie geplant. Alright, dann heißt das jetzt Water. Reinkippen. Cool. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir brauchen, ne? Also hier drüben gibt es noch ein paar Burning Items to create Mana. Damit können wir einige verschiedene Blumen herstellen, die uns auf unserer Reise helfen werden. Und die werden in zwei verschiedenen Kategorien aufgezeigt. Nutzbare Blumen und generierende Blumen oder so. Genussbare Blumen, die dir helfen bei alltäglichen Aufgaben. Zum Beispiel der Hopper-Hock. Funktioniert wie ein Hopper. Okay. Und sammelt auch Items einer gewissen Reichweite um sich herum. Also so eine Art Hopper-Ersatz, der auch im Umkreis Sachen aufsaugt. Und einige von diesen Blumen brauchen auch Mana, um zu funktionieren. Generierende Blumen sind Blumen, die Mana produzieren auf verschiedenen Methoden, abhängig von der Blume. Die meist häufig genutzte Blume ist die Endo-Flame, die generiert Mana, indem in der naheliegende Items verbrannt werden. Zum Beispiel Kohle oder sowas. Könnte ich ja machen mit einem Export und das da drauf droppen oder so. In dieser Questline sind Blumen mit einem eckigen Kasten generierende und mit einem gründlichen Kasten funktionierende Funktionelle Teile. Natürlich kommt auch das Lexica Botania daneben, um das rauszukriegen. Aber das kann ich mal abhaken. Jetzt sieh nochmal... Ach du Heide, was ist denn jetzt hier aufgeploppt? Der komplette Blumenkatalog of Existence ist hier gerade aufgeploppt. Holy! Also ich denke auch mal, dass wir hauptsächlich dann Endo-Flames nehmen, ne? Kecki Murus, Nars Limus, Raphlosia, Rosa Arcana. Tja, Oh, Thermalily, die kenne ich aber auch noch. Ja, ich muss mal gucken, ob wir alles finden, was wir... Wo war die da? Nächstes Exo-Flame? Endo-Flame habe ich noch gesucht. Ich hätte gedacht, dass die eher rot ist. Ich finde es aber gerade nicht. Egal. Aber wahrscheinlich war das hier. Das war die Endo-Flame. Siehste, die gibt es hier vorne. Alright. Und hier oben das, das ist, ähm, die können Mana generieren, äh, indem Wasser in der Nähe ist. Sehr langsam und decayen auch. Ich würde sagen, wir nehmen die Endo-Flames dann. Alright. Und hier haben wir dann die erste Blume. Das ist die Pure Daisy. Die erste Blume, die wir erstellen werden. Äh, die wandelt bis zu acht Blöcke in der Nähe, acht Holzloks in der Nähe, oder Stein in Living Wood oder Living Rock um. Okay. Ja, dann gucken wir mal, ob wir die irgendwie hergestellt kriegen, ne? Da brauche ich jetzt hier die Mystical White Petal in dieses Petal Apothecary rein und dann können wir ganz kurz gucken. Mystical White. Hier habe ich eine Mystical White Flower. Ich brauche zwei davon, damit ich vier hinkriege. Kann ich die eigentlich vermehren mit Baummehl irgendwie oder so? Das würde ich nochmal ausprobieren, bevor ich die hier wegballere. Also, ich will ja erstmal alle Blumen dann haben, aber kann wir hier, oh, ja. Ich könnte die groß machen, aber ich kann die nicht vermehren. Na gut, zu wissen, wenn ich eine Tall Flower nehme, oh, dann gibt es direkt auch vier. Okay, ich kann es verdoppeln, indem ich dann Tall Teile nehme. Ich bleibe aber erstmal hierbei, alright? Dann nehme ich hier die Teile, dann kann ich die reinlegen. Eins, zwei, drei. Oh, jetzt habe ich den Hammer da reingelegt. Vier, ja. Und dann muss ich noch einen Seed hinzufügen. Sehe ich das richtig? Seeds, kann ich den auch? Kaching! und wenn ich die platziere, und wenn ich da Stone oder Logs nehme, oh, dann wird daraus Living Wood oder Living Rock. Aber ich weiß nicht, ob die noch mehr brauchen jetzt hier außer das. das sieht schon so aus, da wird dir was passieren, ne? Ja, lauterweise Partikel. Und hier läuft die Sache. Ja, lassen wir die mal da werkeln. Chad hat noch gesagt, wir können eventuell die Boaten, die Pots, zu Hilfe nehmen. Denn diese würden, also ich lasse hier mal ein bisschen Zeit, das dauert wahrscheinlich kurz ein bisschen umwandelt. Diese würden die Teile auch vermehren und das bietet sich ja an. Also zunächst mal hier den, äh, an der Zeppling, den mache ich mal raus, weil ganz ehrlich, das hat irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt Blut rauskriegen soll. Ist mir auch erstmal Wurst, hat nicht so viel gebracht. Dann kann ich nochmal die White Mystical Flower nehmen und die kommt jetzt einfach da rein. Und mit etwas Glück können wir die vermehren und hier vorne habe ich auch nochmal das Holz, das Edelwood, das brauche ich aber auch nicht mehr. Und da kann ich dann jetzt eine zweite Blume hin tun, die wir dann auch noch bald brauchen werden. Ich kann ja mal ganz kurz gucken bei der Endo Flame, was das kostet. Da brauche ich Gray Shimmering oder Light Gray, okay, Light Gray Petal, Red Petal und Brown Petal. Kann ich da mal ganz kurz gucken, haben wir denn Gray. Hier haben wir auch eine Tall, die kann ich ja dann verwenden erstmal. Haben wir Brown, die kann da auch rein. Ja, ich habe einfach alles mitgenommen hier. Let's go. Und natürlich eine Red, Mystical Red Flower. Ich glaube die Light Gray am wenigsten, deswegen rein da. Und wir können auch mal gucken, ob wir einige von den Dingern hier umfunktionieren, weil ich glaube nämlich, hier vorne habe ich schon Erde, Wasser, Feuer ist da. Erde, Wasser, Feuer habe ich hier vorne schon in rauen Mengen drin. Das heißt, Erde, das hier kann mal weg. Räume ich mal auf und ich werde dann auch hier dafür Blumen reinsetzen, die wir eventuell noch benötigen später, ja. Oh yes, seid ihr bereit? Schaut es euch an. Genauso wie ich gebaut habe. Es wandelt sich immer zu einer fixen Zeit nach dem Platzieren um. Und hier, genau wie ich eben die Blöcke gesetzt habe, da habe ich kurz gewartet und auf einmal ändert sich das. Da habe ich kurz überlegt, welche Blöcke ich hier weiter nehme und habe ich jetzt so gemacht, dass ich in gleichen Maßen immer gleich viel Stein und Holz habe. Let's go. Und da haben wir jetzt erstmal genug Living Woods und Living Rock. Ich hoffe mal, das reicht für den Anfang. Und ja, ich habe 26 Endo Flames jetzt. Ich habe noch weitere Daisies gemacht, die stehen da und dann können wir erstmal hingehen und sagen, ey yo, ey yo, einsammeln. Quest sollte sich jetzt aktualisieren, hoffentlich. Ne, warte mal, brauche ich mehr davon? Ah ja, ich brauche acht Stück und davon auch acht Stück. Ja, dann mache ich halt den und den. Kaching! Task complete. Jetzt haben wir erstmal Ordnungsbaution Living Wood und Living Rock. Ich habe, ehrlich gesagt, kein Plan, ob wir davon noch viel mehr brauchen. Aber wenn ich jetzt hier stehe und eh meine Zeit verschwende, komm her, darf ich hier nochmal eine Runde machen? Vielleicht irgendwie? Na, kann schon. Und da einmal durch. Die Mitte lasse ich jetzt frei, das ist egal. Ist halt besser, wenn ich das so in der Reihe setzen kann. Okay, und dann haben wir ordentliches Zeug erstmal. Sehr schön. Mit Living Rock abgehakt, kann ich claimen. Die Daisy kann ich auch nochmal claimen, weil ich direkt auch hätte ich zwei neue noch ölen können. Und Living Woods kriegen wir Holzen XP. Sehr schön. Als nächstes geht es wohl darum, hier mal Mana zu generieren. Wenn wir Living Rock erstellt haben, können wir jetzt Mana Pools draus machen. Die Mana Pools sind ein Lager für das Mana, was wir generieren. Und wenn da ein bisschen Mana drin ist, können wir anfangen, verschiedene Ressourcen in Mana Ressourcen umzuwandeln, wie Mana Steel oder Mana Diamanten. Diese Ressourcen zu erstellen, müssen wir einfach nur ein Item in den Pool werfen, wenn genug Mana drin ist, um es zu verwandeln. Sehr schön. Wir müssen also jetzt erstmal eine generierende Blume haben, wie die Wasserblume oder die Endo Flame. Wir machen es ja bei Endo Flame. Ja, und Achtung, der Mana Pool lagert massive Mengen von Mana. Wenn man sehen, wie viel Mana gelagert ist, muss man drauf gucken, während man diese Wand of the Forest hält. Und das ist wohl hier unten das Ding. Also Wand of the Forest kann ich mal versuchen zu erstellen. Und wir machen natürlich auch so einen Mana Pool, der geht mal hier rüber. Okay, und wir werden Folgendes machen. Ich glaube, Chad hat gesagt, drei Mana Pools mit jeweils acht Endo Flames dran für die schnellstmögliche Mana Generierung. Und da kann ich ja mal das hier reinlegen. Drei von den Pools. Das Living Wood kann mal raus. Machen wir Living Wood Twig. Drei Stück. Und dann habe ich hier halt noch die Petals. Blaue gehen. Sehr gut. Wand of the Forest. Check. So, dann gucken wir doch mal, wie das jetzt am besten funktioniert. Wie war das nochmal? Muss ich nicht auch irgendwie noch so Mana Spreader oder sowas bauen? Oder wie können denn die die Mana Teile sofort da reingehen? Ach, Directing Mana. Damit mit Mana Spreader kann man das dann auch irgendwie in eine gewisse Richtung fahren. aber ich setze das erstmal hier hin, ja. Gut. Ich bin noch nie so groß, grob immer in die Mods eingestiegen. Ich weiß aus früheren Projekten, dass wir immer so rumgegimmelt haben und ewig gebraucht haben, bis das immer geklappt hat und so. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht bin ich erwachsener geworden oder sonst was. Wir gehen die Dinge strukturierter an. Wir gehen die Dinge an, denen wir gleich mehr auf einmal machen und so. Und ich weiß noch, vor ein paar Jahren hätte ich hier einfach drei Pflanzen genommen und dann ewig gebraucht halt. So, jetzt haben wir 24 hingeknallt, drei Spreader rum, die alle in diesen Mana Pool reinzeigen und ich hoffe mal, das knallt. Ich würde hier einfach mal gucken, ob wir Kohle einfach mal spontan nehmen und droppen. Ich gucke, was passiert. Okay, wenn ich hier das drauf droppe. Erstmal gar nichts. Ich muss auf jede einzelne Pflanze droppen, ja. Ne, die, oh doch, ja. Aber kann ich das nicht auch so ein bisschen in die Mitte droppen? Würden die das nicht erkennen? Oh doch, ja. Doch, doch, doch. Ich könnte es auf die Spreader droppen. So, Kohleblöcke sollen noch krasser sein. Machen wir dann, wenn es so weit ist. Aber, naja, lassen wir die jetzt mal hier ein bisschen produzieren, wa? Mir wurde gesagt, wir könnten nochmal was probieren und zwar den Spreader in die Luft zu setzen. Das war ja auch kurz mein ursprünglicher Gedanke, aber ich wusste nicht mehr, ob das geht, dass man die Pflanzen irgendwie dann damit verlinken kann. Pass mal auf, mit diesem Stab kann man die verlinken. Ich müsste ja hier eigentlich dann einen Drop oder sowas machen, dass das Zeug rausgeschmissen wird, aber ich glaube, während ich hier aktiv spiele, mache ich es einfach mal händisch. Ich werde nochmal hingehen, alright, und wir holen nochmal ein bisschen mehr Kohle raus. Diese Kohle machen wir jetzt gleich zu Kohleblöcken und dann dampen wir das immer da in die Mitte. Okay, so. Dann würde ich sagen, Kohleblöcke, dann machen wir das raus, machen wir die Kohle raus, sehr gut, damit das erstmal hinhaut. Dann kann ich aber auch jetzt hier sagen, ey, ich setze mal die Spreader zwei Blöcke in die Höhe, in der Hoffnung, das funktioniert und hilft, oder drei. Dann nehme ich hier die Wand, sage, ey, schieß mal da rein. Dann baue ich die Blöcke wieder ab und dann sage ich, kann ich hier diese Endoflame und den, ja, ich glaube, das geht, glaube ich. Ich kann sagen, ey, geht mal da nach oben. Die Blumen verlinke ich jetzt einfach mal mit dem Gerät. Ich hoffe, man das haut hin und dann sage ich, ey, hier habt ihr mal ein Stack Kohle. Und das soll jetzt hoffentlich knallen. Dasselbe mache ich für die anderen Teile auch. Ich glaube, Stack Kohle ist halt Überschuss of Doom. Das wird wahrscheinlich richtig fetzen, aber naja, so die und den. Okay, ich hoffe mal das haut hin. Den verlinken wir auch nochmal mit hier. Und da kommt auch nochmal ein Stack da hin. Alright. Und ich hoffe mal, jetzt hier passiert was. Ich hoffe mal, das ist schon eine gute Raid, wie wir jetzt hier Mana generieren. Das wäre der Anfang. Okay, Setup läuft. Chat hat noch was vorgeschlagen, das mit einem Timer zu machen. Haben wir ausprobiert, irgendwie nicht so geil funktioniert. Dann haben wir das jetzt geändert. Und zwar über eine Pressure Blade. Ähnlich wie wir es von Pickling Bartering kennen. Einfach hier unten ein Redstone mit einer Fackel. Hier ist ein Redstone Torch drunter, kann ich mir mal zeigen. So, und auf diese Redstone Torch kommt ein Block. Die ist an, wenn dort kein Item liegt. Wenn ihr ein Item drauflegt, dann geht die halt aus. So, und wenn nichts draufliegt, dann geht es an. Und dann nehme ich jetzt hier einmal Redstone Spur, lege die nach hier oben. So, wenn die nichts aufsaugen können, dann bleibt der eine Block da einfach liegen. Ich denke mal, von 5 Minuten wird er auch aufgesaugt, dass nichts verschwendet wird. Jetzt wird immer nur was gespendet, wenn auch wirklich was gebraucht wird. Wenn was übrig ist, alle Blumen gerade am Leuchten sind, dann wird hier nichts gedroppt. Wobei, ihr seht aus, es würden sogar zweimal gerade liegen. Kann auch sein, wenn es ein bisschen buggy ist, aber es ist egal. Bis die 5 Minuten rum sind, wo das despawn, sollte eigentlich schon wieder eine Blume was Neues brauchen, ist meine Vermutung. So, da können wir kurz gucken. Der Mana Pool füllt sich jetzt. Wir haben jetzt fast die Hälfte hingekriegt und die Mana Spreader, die laufen alle immer auf Vollgas. Die sind so übervoll. Die ganze Zeit bam, 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 schießen die rüber. Wird später noch was Besseres geben, aber für das Erste passt das. All right, dann ist meine Aufgabe noch, vielleicht hier auch noch mal alles komplett noch mal aufzufüllen, dass wir überall genug Kohle drin haben, aber dann läuft das. Hier ein Mana Pool, der sollte ausreichen. Red Zone Technik kommt weg. Gleich mal die Kohle Essence reingehen und wir haben so erbärmlich viel Kohle Essence. Das ist schon wieder ein, ich kriege ja 24 raus, 8 zu 3. Ich hätte 450.000 Kohle übrig, gerade im System. Das heißt, das kann jetzt hier erstmal eine ganze Weile laufen. So, weißt du, jetzt könntest du da noch hingehen, ey, mach Autocrafting für Blöcke, mach ein Minimum Stock, mach ein Export, dass die Dropper da immer mit gefüllt werden vom Lager aus. Ganz im Ernst, ich glaube, das reicht vollkommen aus, wenn ich jetzt hier hingehe und einfach da mal neun Stacks in jeden reinlege und dann hält das erstmal eine Weile. Also, den Teil sparen wir uns. Hier ist alles voll, da ist alles voll, da ist alles voll. Wenn es nicht perfekt ist und noch was, die Spawn ist mir auch egal, dann wird das nächste Nacht dispensed. Der Nachschub an Mana sollte jetzt erstmal geregelt sein. Alright, dann dürfte das da ruhig in Ruhe laufen. Gucken wir erstmal weiter mit der Quest, wie es geht. Wir können jetzt hier mal für den Mana Spreader das claimen, wir können die XP hier claimen und wir können auch hier nochmal Flower Petal Loot, kriege ich, habe ich nochmal ein paar Blumenteile gekriegt. Alright. Ich habe auch mal Black Lotus gefunden, da gibt es nochmal eine Material Bag, Mana Powder haben wir gekriegt und da kann ich rein, ich habe hier auch schon einmal Mana Infused Materials, Mana Infused Steel habe ich gekriegt, Mana Steel. Das würde halt gehen, wenn ich da wahrscheinlich Eisen oder Stahl reinschmeiße und dann kriege ich das auch raus, aber ich spare mir das gerade mal und ich habe jetzt hier einen Mana Diamond gekriegt, Mana Powder, Mana Diamond, wir haben jetzt Mana Ressourcen. Sehr gut. Wie geht es weiter? Ich könnte mir jetzt hier verschiedene Tools machen, Mana Steel Equipment, aber das, wie gesagt, sparen wir uns, weil wieder 50 Mods drin sind, die jeweils eigenes Equipment haben, aber ich brauche das ja nicht, ich habe nämlich schon mein bestes Equipment fertig. Mana Weave Robes ist optional, Alchemie Cutter ist auch optional. Ich glaube, der richtige Weg wäre jetzt Richtung Terra Steel zu gehen und dazu gehen wir nach hier unten. Und wir brauchen als nächstes eine Rune, die wir erstellen müssen. Runen sind vitale Crafting Komponenten für mehr fortgeschrittene Rezepte in Botania. Sie werden auf so einem Altar hergestellt. Wenn ich so ein Altar brauche, muss ich da die Komponenten drauflegen, die ich für die Rune brauche. Kann ich eben machen, nämlich Rechtskriege oder das Item drauf droppe. Wir brauchen außerdem auch noch Mana. Also muss ich einen Mana Spreader auf diesen Altar zielen. Okay. Wenn ich alle Items platziert habe, kann ich über den Altar haufern mit der Wand und dann zeigt es mir den Fortschritt von dem Rezept an. Und wenn es sich vervollständigt, einfach ein bisschen Living Rock auf den Altar schmeißen, dann die Wand benutzen, dann kann ich die Rune einsammeln. So, eine Notiz unten dran noch. Runen, die für Rezepte in dem Altar genutzt werden, funktionieren als Katalysten und die werden nicht verbraucht. Genauso wie das Petal Apothecary. Right-Click in den Altar mit der Empty Hand. Okay, da kann man schnell nochmal, ach, das hätte ich vor, ach, das habe ich ganz vergessen. Ich hätte auch bei dem Teil vor einfach schnell Rechtsklick machen müssen, damit ich dasselbe Rezept nochmal mache. Hätte nicht mal alles händisch reinfüllen müssen, aber ist egal. So, also, Runen, die genutzt als Katalysten werden, werden nicht verbraucht. Die muss man nur einmal herstellen. Ist ja schon mal nicht schlecht. Also, Runic Altar kann ich mal gerade produzieren. Das ist kein Problem. Eine Basic Rune. Kann ich verschiedene machen. Rune of Water, Fire, Earth oder Mana. Und was brauchen wir denn, um jetzt hier weiterzugehen? Terrestrial, eigentlich alle. Okay, wir machen alle Runen einmal. Lapis und dann noch ein Block of Mana-Stil. Okay, also die Fire, Air, Mana, Earth und Water, die dürfen wir jetzt einmal produzieren. Ich werde mal so einen Altar craften. Den haben wir hier. Und ich habe hier so einen Mana-Diamond. Den kann ich einfach nehmen. Und jetzt brauche ich einen Mana-Spreader, der auf diesen Altar zeigt. Und jetzt ist halt die Frage, soll ich die von hier oben nehmen oder kann ich einfach von dem Mana-Pool nochmal einen weiteren Mana-Spreader jetzt erstmal herstellen? So, einen gelben Pilz. Alright, kann ich auf Pilz verzichten, stattdessen einen Paddle nehmen? Ja. Alright, über den Pool, sagt Chat. Machen wir über Pool. Jetzt hat er ja Output oder so. Ich hoffe mal, das geht. Wenn ich jetzt hier Output mache, ich kann nicht wirklich erkennen. Ich kann ja mal was drauflegen. So, der Spreader. Der Spreader ist voll. Der Spreader ist voll. Okay, es hat geklappt. Hat geklappt, Spreader ist voll. So, dann Mana-Spreader, der da rüber zeigt. Jetzt gucken wir, wie ich die Rune of Fire mache. Jetzt brauche ich hier wieder sämtliche einzelnen Materialien, die Rezepte, viele verschiedene Dinge und das wird wahrscheinlich wieder eine Weile dauern, das alles ranzukarren. Ich zeige euch gleich mal, wie die Animation aussieht, was hier gleich passiert, wenn ich ein Rezept fertig habe. Aber ich crafte mal alle fünf Runen am besten durch und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, Leute, es sieht so aus, als wäre das erste Rezept der Feuerruhne fertig. Es hat eine Weile gedauert. Jetzt ist ein Haken dran und ich glaube, muss ich jetzt rechtsklicken? Ne, noch eine Rune und zack, das Rezept ist jetzt wieder drauf. Jetzt habe ich das noch mal einfach gemacht. Ja, keine Ahnung, also darf ruhig noch mal laufen. Ihr seht jetzt hier die Rune, die braucht eine Weile. Wenn die durch ist, kann ich da einfach hingehen, Rock drauf werfen, rechtsklicken, dann habe ich das. So, da habe ich schon mal zwei Firerunes. Ich mache mal von jeder Sorte, ne? Und die anderen hier, die kommen jetzt auch noch mal. So, letztes Rezept für die Rune. Ich habe von allen zwei gemacht. Von der Mana-Rune musste ich vier machen, weil da immer nur eine rauskam anstatt zwei. Die ist wohl ein bisschen wertvoller. Soll mir recht sein, aber passt doch jetzt erst mal. Alright. Dann tue ich mal alle Zutaten noch erst mal wieder zurück, weil ich glaube, das war okay. Ich will ja mein Inventar nicht komplett voll mühlen mit allem, was abgeht. Ich mache auch wieder Überblick. So, ich habe Inventar jetzt einfach mal geklärt. Wir können jetzt hier hingehen und die Runen sind alle abgehakt. Es gab auch eine Runenkiste, noch eine Mana-Rune gekriegt. Sehr gut, das war die teuerste. Und hier wurde ja beschrieben, wie das funktioniert. Und dann geht es weiter. Ich könnte jetzt halt auch weitere Tools und Gadgets machen. Upgrading Mana Spreaders. Boah, da weiß ich aber nicht, ob ich das jetzt ganz dringend brauche. Greater Band of Aura oder Band of Aura. Slowly generate a trickle of mana over time, stores it into mana-containing items in den Entenaries. Das ist mir leider nicht so wichtig, für mich leider. Botanical Brewery. Also, da gibt es super viele Sachen, die ich aber... Kannst du noch linsen mal, mit dem mehr lasern? Nee, wir gehen Richtung Terra-Steel. Wir wollen nach hier hinten, Leute. Um Terra-Steel zu erstellen, müssen wir zuerst die Multi-Block-Struktur machen. Der erste Teil ist, indem wir die Terra-Steel Agglomeration-Plate crafted. Ich habe auch Mana-Steel-Seat by the way vorne gemacht. Wir haben unendlich Mana-Steel. Und dann brauche ich erst noch mal Lapis-Blöcke. Und ich brauche Block-of-Mana-Steel. Dann habe ich jetzt die Terra-Steel Agglomeration-Plate. Und direkt ein Clay. Nochmal eine Rune. Aber ich habe da nichts gekriegt. Keine Rune mehr. So, Terra-Steel zeige ich mal her. Brauche ich mit Lapis und Living Rock. Müssen wir so ein Ding wahrscheinlich machen. So, genau. Und die Plate muss dann auf die Mitte, wenn ich das richtig einschätze. Genau. Terra-Steel braucht jede Menge Mana, um es herzustellen. Und braucht Sparks dafür. Hallo, ich bin da. Ich bin der Einzige, der das herstellen kann. Wunderbar. Wir brauchen Sparks. Wenn ich das fertig habe, einfach ein Mana-Steel-Inge, Mana-Diamant und Mana-Perle werfen. Und dann wird das auch erstellt. Ja, okay. Also, Lapis kriege ich hin. Kann ich auch jederzeit nochmal ein paar bisschen was machen jetzt hier. Dann machen wir Lapis-Blöcke. Ach, es tut so gut, dass man alles schon parat hat, ne? Boom. So habe ich ja viel zu viel. Dann nochmal ein Rock. Living Rock. Und dann bauen wir das einmal auf. Ich würde es einfach hier daneben bauen oder so, ja? Und dann brauche ich von Edge Botania Sparks. Das ist ein Spark. Spark Augment. Das ist so weird, immer wenn ich Spark lese. Also Spark hat für mich eine ganz besondere Wortbedeutung, ne? Weil, hallo, Spark hier. Ich brauche Petals, Blaze Powder und Dings. Das geht ja noch. Ne, Spark, ich bin ja Spark, so. Aber wenn ich das in anderen Zusammenhängen lese, ist das irgendwie weird. Ich habe mal sechs von den Teilen gemacht, ja? Live Drive. Zeigt mal, ob das irgendwo hier jetzt noch was gab. Erstmal so ein Tablet habe ich, by the way, gemacht. Kann ich mal hier, Living on Dings. Dann haben wir Manipulating Storage. Okay, die Sparks habe ich abgehakt. Dann noch ein Mana Splitter, wenn ich das irgendwie ändern will. Aber darum geht es gerade, glaube ich, nicht. Place several sparks over your Mana Pools. Einen über die TA Plate, um das Mana dorthin zu führen. Also kann ich jetzt da einen hinsetzen. Und kann ich jetzt den mal abbauen temporär und hier einen Spark draufsetzen. Oh, oh, jetzt. Das hat geklappt. Von unten nach oben beinden. Und der empfängt das jetzt hoffentlich. Da ist gerade was geflogen. Und dann gehe ich hin. Mana Mana Powder, Pearl und Steel. Und ich würde aber noch mal ganz kurz ein bisschen mehr Redstone, glaube ich, nehmen. Ich habe nicht so viel Powder. Wir sollten auch ein Terra Steel Seed dann selbstverständlich machen. Jetzt gucke ich mal, ob das funktioniert. Den, den, den. Nee. Mana Steel Ingrid. Ach, Mana Diamond. Mana Pearl, nicht Mana Dust. Mana Diamond. Jetzt muss es doch schon wieder sein. So, der nächste Versuch. Den, den, den. Oh, da passiert was. Sehr schön. Es fliegt rüber. Partikel flattern durch die Gegend. Dann kommt jetzt ein Terra Steel hoffentlich raus. Leute, heute wird mal wieder gezaubert. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Sparky Barky heiß. Ka-ching. Terra Steel. Habe ich denn bisher mal irgendwo Terra Steel? Nee, auch keinen gekriegt, ne? Ähm, da ist unser Terra Steel. Und ich würde, glaube ich mal, einen Terra Steel Seed nochmal herstellen auch. Indem ich jetzt vier davon mache. Und dann muss ich es nie wieder machen, ja? Leute, das hat jetzt eine halbe Stunde gedauert. Ich bin nur noch am warten auf Mana für das Terra Steel, weil das frisst insane viel Mana. So ein halber Pool wird gebraucht, um einen Ingrid herzustellen. Das dauert Ewigkeiten. Und ich habe gesehen, in der Zwischenzeit, schaut mal hier. Diamanten gecraftet. Wir haben jetzt auch einen vierfach komprimierten Diamant-Block fertig. Und wisst ihr, was das heißt? Ich glaube, ich kann Master of Creation noch mit abhaken. Are you ready? Aber warte ganz kurz. Warum fehlen da ein paar Unterrezepte oder sowas? Was fehlt denn hier noch? Das ist abgehakt. Ah, das ist nicht abgehakt, aber es müsste eigentlich abgehakt sein. Man braucht es doch nicht. Also das ist irrelevant für den Quest jetzt hier. Ich kann es aber trotzdem herstellen. Natürlich ist mein Inventar. Das Grid ist mal wieder dead. Da haben wir den Dimensional Seed. Das Advancement ist jetzt leider nicht reingeflogen, weil wir die Dinger von Okkultism nicht benötigen. Das wurde geändert. Das ist leider ein Bug anscheinend. Zum Herstellen brauchen wir das nicht, weil gechanged. Und ich könnte jetzt versuchen, die Teile herzustellen irgendwie mit Ritualen. Aber wisst ihr was? Diesen Schritt spare ich mir. Einfach nur, damit wir das Advancement abhaken können. Dimensional Storage Actuator hole ich mir die aus dem Game Mode, weil das macht keinen Sinn. Das ist keine Zutat, die ich für das Rezept benötige. Actuator oder was war das hier? Da. Dimensional Storage Actuator. So, zack. Das war es auch schon. Und dann Ende. Kann ich die direkt wieder weg tun. Ich brauche die für nichts. Die sind unnötig. Und dadurch haben wir jetzt die Quest freigeschaltet bekommen. Ich habe die auch jetzt gelöscht wieder. Das ist jetzt nur, damit ich das Advancement machen konnte. Den, den, den. Was haben wir gekriegt? Feathery all the Modium Boots of the Fox. Jetzt geht es aber ab. Feathery all... Jo. Die sind awakened und leuchten. Was geht denn mit denen ab? Die haben 4 Armor plus 450% Luck. Was denn noch? Ah, unten steht es ja Armor. 4 Armor, 7,5 Armor Toughness. 6% Knockback Resistance, 4,5 Luck, 2 Step Tide und 75 Swim Speed. Cool. Können wir die wegwerfen? Brauche ich für nichts, Leute. Kann direkt weg. So, da haben wir sie. Chad hat noch geschrieben, löschte wieder. Ja, habe ich eh vor. Also nochmal, ich brauche die nicht. Die sind komplett unnötig. Die waren nur dafür da, damit das Ding gelingt ist, weil das Leute hatten gesagt, dass das früher mal drin war. Naja, und jetzt haben wir auch die Hälfte des Pools hier wieder voll auf Finally. Dann können wir jetzt endlich das letzte Terra... Ach, nein, kann ich nicht. System down, System down. Ah, warte mal kurz. Übrigens, was noch funktioniert hatte, glaube ich, wenn ich jetzt hier hingehe und einfach mal einen Iron Ingot crafte oder sowas, dann kam das System auch wieder zum Leben. Ich habe es einfach hier durchgecraftet und dann das System gecheckt. Ey, guck mal, ob da alles noch geht, weil ich damit interagiert habe irgendwie und vielleicht fliegt gleich alles mit rein. Ich brauche jetzt das Mana-Zeugs, damit ich sie drauflegen kann für das letzte Terra-Steel und dafür brauche ich mein RE-System wieder. Komm schon! So, das sieht schon mal gut aus. Der Terra-Steel-Seed ist da und der hat echt gedauert jetzt, sagen wir mal so, ne? Also ich kann jetzt so erbärmlich schnell Terra-Steel produzieren. Ich habe für den hier ansonsten, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, gebraucht, denn der Mana-Pool muss immer voll sein. Ich habe hier gerade mal ausgestellt, weil der aktuell komplett bis zum Anschlag voll ist. Also einen halben Pool brauchen wir einmal für so einen Terra-Steel und das hat leider gedauert gehabt, noch ein bisschen. Vielleicht habe ich das abgebrochen oder wir könnten dann mal, wir könnten dann auch mal wieder, ich kann es ja trotzdem weiterlaufen lassen, so weißt du. Na, passt schon. Lass die Blumen mal, die können halt jetzt nichts hier rüber schießen, weil der Pool einfach voll ist, aber passt fürs Erste. Egal, wenn ich Kohle brauche, lege ich einfach nach. So, dann tue ich das mal nach hier oben. Dann tue das mal nach hier oben. Wir gucken gleich mal, wie es weitergeht. Aber ganz ehrlich, die Terra-Steel-Geschichten, ey, das ist jetzt, das ist so eine gewaltige Erleichterung, dass ich so viel von dem Zeug jetzt habe. Fühlt sich richtig gut an. Wir gehen weiter in die Quest rein, meine Damen und Herren. Wir müssen ja noch ein bisschen, oh, wir müssen noch ein bisschen Gas geben. Und zwar Terra-Steel, claimen wir jetzt erst mal. Dann kriege ich noch mal einen Mana-Steel ingehrt und ein paar XP kriegen. So weit, so gut. Jetzt müssen wir noch mal weitergehen. Wir müssen jetzt mit den Elfen kommunizieren. Dafür brauchen wir dieses Portal und für das Portal brauche ich jetzt erst mal die Elfen-Gateway-Geschichten und sowas und dies und das. Wir tun mal das Rezept einfach zur Seite. Living Wood, ja gut, Living Wood, das ist halt ein Witz, muss ich da reintun. Aber wenn ich auf Natura-Pylon gehe, muss ich jetzt die Teile auch noch mal machen und ich schaue mal, ob ich das alles herstellen kann. Also ein Mana-Pylon und wir brauchen jetzt für das Portal zwei davon. Na, immerhin. Gut, aktuell läuft auch hier das Teil wieder. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt. Unser RE-System. Nach dem Neustart, ne, ging das auch? Warte, ich vergesse mal die Anzahl. Wir brauchen Elfen-Gateway-Core 1 und hiervon drei von diesen Glimmering. Also von den Glimmering 1, 2, 3. Von dem Gateway-Core brauchen wir eins. Ein Terra-Steel-Nugget kann ich einfach herstellen. Elfen-Gateway-Core ist hier und dann die Natura-Pylone. Ich glaube sogar, dass er reicht, indem ich, das ist perfekt gemacht. Ich brauche nur ein Terra-Steel, was ich zu Nuggets mache und dann kann ich auch hier die beiden Pylone holen. Ich habe keine restlichen Rest-Nuggets mehr übrig. Alright. Ich glaube, damit haben wir auch schon das nächste Ding. Na stopp, achtmal Living Wood noch und da habe ich ja auch schon gut vorbereitet. Wir haben jetzt hier die Living Wood Log. Ne, warte mal ganz kurz. Aber das ist ein anderes Living Wood. Kann ich das hier? Ah, ich checke, 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 checke. Das sind keine Planken, sondern das ist, wenn ich das Living Wood hier zusammen mache und da kann ich ja mal ein bisschen was holen und das sollte reichen. Quest abgeschlossen. Habe ich jetzt ein Lexica Brutane was noch gekriegt? Ne, sicher. Noch mal ein paar Materials raus. Besten Dank. Vielleicht gab es da auch nochmal was Nettes. Block of Mana Steel. Oh, das ist sehr gut. Dann wandle ich den wieder zurück und dann kann ich das jetzt für weitere Sachen und Craften verwenden. Gut, dann kommunizieren wir mal mit den Elfen. Wir können da zwar nicht reingehen, aber ich kann mit denen reden, indem ich verschiedene Sachen durchwerfe. Das war aber auch schon früher so vor Jahren. Das haben die bis heute nicht geändert, ne? Ja. So, man braucht Mana für jeden Trade und diese Materialien können auch verwendet werden, einige Sachen abzugraden, zum Beispiel den Elfen Mana Spreader. Okay. Wenn ich Lexica Brutane reinwerfe, dann kriege ich ein Elfen Knowledge Buch, was mir noch mehr Einsicht gibt. Ja, da können wir drüber reden. An der Stelle Lexica Brutane, das habe ich jetzt hier. Ich brauche noch Alfheim Resources und irgendwelche davon. Und wir brauchen wahrscheinlich die Dragonstone. Ne, was brauchen wir denn genau? Ich will ja diesen Guardian of Gaia beschwören. Da brauche ich Gaia Pylone, da brauche ich Pixie Dust und Elementium Ingots. Also werde ich mal versuchen, das hinzukriegen. Und hierfür habe ich noch Alf Steel. Oh ne, Alf Steel brauchen wir auch noch mal. Ne, und Alf Steel kriegen wir, wenn ich dann Mana Infuser hier, brauche ich 1,5 Mana Pools. Was geht denn hier ab? Oh, das frisst wieder extremst viele Mana. Da müssen wir gleich mal schauen. Pixie Dust, Dragonstone und dann, ne, warte, da müssen wir mal, ich schaue mal gleich in Ruhe, wie das funktioniert, aber jetzt heißt es erstmal das Portal bauen und weitergucken. So, ich konnte im Buch übrigens jetzt wieder so eine Übersicht mir anzeigen lassen, wie man das placen kann. Und kannst du da draufklicken, auch mal auf das Auge und dann wird das visualisiert. Und dann kann man jetzt hier die Blöcke reinsetzen, aber ich glaube, die kann ich, ne, ich kann die nicht einfach in die Luft platzieren, also ich brauche schon noch ein paar Hilfsblöcke, irgendwas, Stein oder sonst was, passt schon. Packen wir an die Seite, da kommt wieder ein Bondering Tray, da immer bin ich, hier wichtige Sachen mache. Was willst du denn hier? Eine Hellbark Sapling, Red Sand, Sunfly, ich gucke gleich mal. Bauen wir das erstmal hier durch, wollte ich jetzt einfach direkt in der Aufnahme machen, damit ihr das mal genau seht und das hier oben. So, Portal, ich hoffe mal, das ist korrekt, dann gucke ich nochmal das Botania rein, weil ich muss neben dem Auffang noch was machen, oder? Also erstmal Advancement kam durch, wir müssen mit einer Wand einmal draufklicken, dann entsteht das Portal, aber es zerploppt wieder, wahrscheinlich, weil ich das nicht mit Mana und sowas versorge, die Pylone oder sowas, die fehlen dann noch und wir schauen, ob ich das jetzt noch länger am Laufen halten kann. So, das Buch sagt, wir brauchen zwei Mana Pools mit nochmal Pylonen drauf und ich habe das Portal jetzt hier hingebaut, also schieße ich jetzt auch mal hier rüber. Der ist voll und hier machen wir jetzt diese Mana Pylone drauf, so, und dann ist halt die Frage, ob das hinhaut, wenn ich jetzt noch Spaß mal drauf haue, ne, immer noch zu wenig, also es muss im Umkreis von elf Blöcken um den Core, das ist jetzt getan, zwei Pools geben, die hier sind, die Frage ist halt, ob die voll sein müssen und so, da können wir nochmal in Ruhe gucken und sowas. Also, das Portal ist designt, Mana von allen Pools gleichzeitig zu ziehen, wenn ein Pool ausgelaufen ist, dann wird sich das auch schließen, okay, aber ich muss ja auch nicht permanent am Laufen halten, sondern nur, wenn ich dann tauschen will und so. So, wenn wir mit allen Vorbereitungen fertig sind, ähm, dann würde die Verbindung zu schwach sein, um lebende Sachen durchzuschicken, aber Items können es wahrscheinlich durchschaffen. So, außerdem braucht man natürlich weitere Mana von den Pools im Außenrum. Alright, das ist jetzt limitiert. So, vielleicht haben die Elfen einen besseren Blick drauf. Alright, ja, dann gucken wir mal, dass wir verschiedene Sachen durchwerfen, denn wir brauchen als nächstes hier so Pixidust und Pixidust kriegen wir, indem wir eine Mana-Perle durchwerfen. Das heißt, ihr solltet euch erst mal ein paar Mana-Perlen auf Vorrat haben, ne, und wir brauchen dann im Anschluss auch mal einen, naja, Dragonstone, da gibt man halt einen Block raus, aber Elfen-Trade, wenn ich einen Block auf Mana-Diamond reinschmeiße, kriege ich einen Block auf Dragonstone raus, wenn ich aber nur einen normalen Mana-Diamond reinwerfe, oder wie kriegt man eigentlich Elementium? Elementium kriege ich, ne, da steht hier gerade kein Alphine, ne, doch hier, zwei Mana-Steel zu einem Elementium, das können wir, können wir doch mal ausprobieren, machen wir dann einfach mal, also, ich klicke nochmal auf Mana, was haben wir denn da so parat? Ich hätte drei Mana-Perlen, ein bisschen wenig, aber die Mana-Diamond, und die Mana-Steel-Ingots, das ist jetzt so das Hauptding, womit wir da am traden wahrscheinlich sind. Ich tue das hier mal raus, das hier auch mal raus, und würde nochmal ein paar Ender-Perlen holen, damit ich nochmal ein paar neue Mana-Perlen herstelle oder so, und dafür nehme ich jetzt hier hinten diesen Pool, weißt du, und dann kriegt man das hier wieder zurück. So, der ist immer noch fast komplett voll und so. Ja, und dann ist halt die Frage, würde ich erstmal ein bisschen warten, bis voller wird, ich weiß gar nicht, wie viel das kostet, oder was so eine Aktivierung kostet, wie lange es dauert, lassen wir die Kiste mal laufen. Ich will noch überlegen, ob ich parallel irgendwie an einer Modnummer weitermache, das kommt dann in einem separaten Video oder so, weil wir eine gewisse Wartezeit immer haben, und ich möchte ja nicht untätig verbringen, wir haben nicht mehr so viel Zeit, um den All-The-Mods da zu machen, weil ja, Create dann wohl bald losgeht, und wir haben am 6. deswegen würde ich sagen, eventuell schiebe ich noch was anderes ein, aber wir gucken mal. Alles klar, ich glaube, die beiden Mana-Pools sind voll, für mich ist auch jetzt ein ganz anderer Tag, wie gesagt, das hat ein bisschen gedauert, ich habe parallel eine andere Mod gemacht, eine andere Folge aufgenommen, ihr habt gerade eine Zeitreise gemacht, weil das, was ihr morgen sehen werdet, in der nächsten Folge, Bloodmagic, ist jetzt schon erledigt und abgeschlossen, aber wir müssen hier noch den Tal aufnehmen. Leute, ich habe hier die Pylonen hingeballert, und wenn das jetzt nicht geht, dann weiß ich aber auch nicht, apropos zum Thema Zeitreise, wir sollten mal ein paar Sachen rausmachen und so, dann ja, wir haben gar nichts gesehen. All right, wir gehen mal hier rein und sagen, hey, die Pylonen hauen hier das Zeug weg, ja, das sieht gut aus, und jetzt schaue ich mal, ob ich ein paar Trades mache, oder? Das Portal wurde aktiviert, die Bahnweide voll, und es ist auch jetzt angeblieben, das ist schon mal gut, und jetzt gehen wir mal hin und werfen einfach mal so eine Mana-Pearl dadurch, und da ist was zurückgekommen, ich habe jetzt hier den Elfen, den Pixie Dust gekriegt, all right, wie sieht es aus, wie viel Mana hat das, hat gar nicht so viel gekostet, ne? Natürlich. So, ich brauche den Pixie Dust, und von Pixie Dust, ich muss hier diesen Summoning Gaia Pylonen herstellen, und dafür brauche ich auch noch Elementium, und Elementium machen wir, indem wir nochmal Mana-Steele, mal schön zwei reinwerfen. So, ich versuche das nicht so lange hier laufen zu lassen, deswegen, machen wir mal elf von denen oder so, kann ich eigentlich zwei davon rein, ein Pixie zurück, kann ich 20 rein, und ich kriege, der Rechner ist sogar gut, sehr gut, ich kriege alles wieder back, wie sieht es hier aus? Das hat nichts gekostet, hey, muss man nur anstellen, oder was? Ich dachte, das frisst Mana, dann hoffe ich mal, dass das erstmal reicht, wir speichern hier erstmal, sammeln unseren Reward ein, dann muss ich jetzt hier diese Gaia Pylone machen, und da brauche ich auch noch Alf-Steel, und Alf-Steel kriegen wir Dragonstone, Pixie Dust, Elementium, und anderthalb Mana-Pools, und ich glaube, ich brauche doch Goldblöcke rein, und nochmal so einen Mana-Infuser, den ich über Zeugs, ja, oh, das wird jetzt teuer. Alright, dann würde ich sagen, wir nehmen nochmal eine Ender Pearl, ich mache mir ein paar mehr von den Teilen, weißt du, da können wir ruhig mal ein bisschen durchgehen, Mana-Steel habe ich ja, dann werde ich mal zusehen, hier diesen Mana-Infuser herzustellen, Glimmering Dreamwood, nämlich Dreamwood mit Glowstone, und Dreamwood kriegen wir, ach, da muss ich auch nochmal gucken, wo wir das herkriegen, ja, das ist noch nicht vorbei, hier, die Mod geht noch ein kleines bisschen länger, und ich muss mal in Ruhe schauen, wie das alles funktioniert. Joa, das hat ein bisschen gedauert, ich habe jetzt alle Runen gemacht, und noch einige Unterrunen dazu, um jetzt hier diesen Mana-Infuser zu bauen, es ging also, ich kann einfach mal hier, zum Raussuchen, das ist übrigens übrigens gut, einfach draufklicken, Runen auf Winter beispielsweise, hier auf das Plus klicken, und dann flitscht das schon hier rein, dann kannst du es hier ins Inventar nehmen und sofort hier reinlegen, ist das nicht so aufwendig, wie als wenn ich jedes Mal hier oben eine Per-Suche dir holen muss, Kuchen gemacht, dies, das, was man alles braucht, Unterrunen und whatever, und ich glaube, ich kann jetzt hier den herstellen, es fehlt nur so ein Glimmering Dreamwood, wo wir das herkriegen, das habe ich jetzt auch rausgekriegt, denn, ich hätte einfach nur ein bisschen weiterklicken müssen, wir können einfach, mit den Elfen das Wood tauschen, und ihr seht auch hier, dass da aus den Mana-Pools doch Zeug verbraucht wird, wenn ich hier was umwandele, aber halt voll wenig, also, wenn ich so eine Mana-Perle mache, oder so, ist das ultra teuer am Mana-Pool, wenn ich hier trade, kostet das, oh, das war Mist, kostet das so gut wie gar nichts, ich habe gerade außen meine Steine reingeschmissen, glaube ich, so, da habe ich jetzt hier ein bisschen Dreamwood gekriegt, und dann kann ich jetzt hier so Glimmering, warte ganz kurz, Glimmering Dreamwood machen, mit Glowstone oder so, muss ich nicht hier, ne, warte, ich muss das zusammenfassen, so, aus den Logs das Wood machen, dann das Wood mit Glowstone, und dann das Ganze zu einmal so einem Mana-Infuser, let's go, da wir den hier nicht mehr brauchen, weil hier war der Fall für Terras-Steel und sowas, baue ich das mal weg, baut, na, ich baue zu schnell hier das Ganze ab, aber passt schon, dann kommen jetzt hier, glaube ich, Goldblöcke hin, Goldblocks, 1, 2, 3, 4, anstelle, wo das Lapis vorher war, den, 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 oh, der Mitte nochmal normal, oder? Ich glaube, ja, so, dann, oh, dieser Spark ist auch abgeploppt hier, dann mache ich den Mana-Infuser, drauf, warte mal, ist das auch der richtige? Bevor ich jetzt hier, äh, Unsinn erzähle, ist das das Richtige? Ist das Living Rock? Ich kann nochmal kurz gucken, ob wir irgendwas anderes haben, was so ähnlich aussieht wie hier. Ne, Shimmer Rock ist es, ne? Ich glaube, das sieht so aus wie Shimmer Rock. Ich mache den mal zur Seite, und Shimmer Rock kriegst du mit Bifrost-Blöcken, und die kriegt man, indem man Alf-Glas und Rod of the Bifrost macht. Rod of the Bifrost, habe ich mal eine gecraftet schon, um das herzustellen, die haben wir irgendwo, hier bei einer so einer Rune schon mal gebraucht, hier, haben wir die schon mal drin, ne? Aber ich kann auch nochmal eine herstellen, also ich, glaube, das ist das, das sieht so aus. Äh, irgendwie sieht die Kombination davon noch nicht ganz richtig aus, okay. Ja, und dann Alf-Glas kriegen wir mal, nee, Mana-Glas, ach du heilige, Mana-Glas muss ich erst machen, zu Alf-Glas, das ist wieder, Leute, schon wieder ultra viele Sachen, die wir machen müssen. Ich werde da ein bisschen durchtraden, ich würde sagen, hier vorne kann dann das Glas hin, wegen, hallo, Mana-Glas, ich glaube, es ist nicht so viel, von daher, dann passt das, ich habe jetzt mal hier so, drei Stück davon gemacht, aus Mana-Glas machen wir Alf-Glas, There we go, kam raus, da haben wir Alf-Glas und dann darf ich, zusammen mit dem Rod of the Bifrost, hier, das umwandeln, das geht sogar gut, ich mache einfach mal drei Stück durch, habe ich jetzt hier das Bifrost-Block und das muss dann hier rein, eins, zwei, drei, vier und jetzt habe ich Schimmer-Rock und ich glaube, dass das, ach Gott, ich brauche fünf, ne, ja, in der Mitte ist doch, äh, den einen mache ich noch, gut, ich hole noch mal einen nach und dann gucken wir gleich mal, ob das richtig ist, ja, das Ritual hat so erstmal auch nicht funktioniert, leider, also, hier ist Spark drauf, da sind Spark drauf, ich habe die auch schon verlinkt und so, die sind hier verlinkt, das haut hin, der Mana-Pool ist voll, ähm, hier habe ich den anderen Rock noch drunter, dann werfe ich den, den, den hier hin, dann reicht das aber nicht, weil ich glaube, hier steht anderthalb Mana-Pools, das heißt, es müsste mehr als ein, vielleicht reicht das nicht, weil ich nur einen Mana-Pool habe, der voll ist, ich müsste noch einen zweiten voll machen, der dann halt hier rein, auch noch hier rein, Laser mit einem Spark-Tool, vielleicht kann ich ja so einen Pylon abbauen, dann geht das Portal auch erstmal wieder aus, wahrscheinlich, aber, damit wir da genug Energy haben, ansonsten war noch so ein Ding im Lexica Botania, Portal to Alfheim, ähm, ich habe jetzt hier nicht drin gesehen, wie man das Ding baut, und war das nicht so, dass man so ein Lexica Botania immer nochmal durchwerfen muss, damit man so ein besseres kriegt, und hier steht jetzt auch noch mehr drin, ähm, also das, was ich halt brauche, Message from the Elven Guards, Grüß, wir haben das Buch gefunden, dies, das und so, dann sofort hier, wir schreiben dir alles rein, was du brauchst und so, also ein bisschen Lore ist halt drin, und dann gab es halt noch das Guide, das muss ich ja machen, wie man das genau herstellt, das seht ihr dann jetzt hier, muss diese vier Pylone machen, wenn man das aufbaut, da kommen wir dann gleich hin, ja, müssen wir jetzt mal wegen den Ressourcen gucken, ne, genau, da kann ich Living Wood rein, kriegt Dream Wood zurück, dann Elementium, Check habe ich auch schon, Dragonstone, das haben wir alle schon, Elfen Quarz haben wir, Alfglas haben wir, so, so weit so gut, aber dann trotzdem muss ich erstmal weiterkommen, und irgendwie nochmal gucken, wie wir jetzt das andere hinkriegen, ich glaube hier bei Mana Manipulation, gibt es das nicht, ne, oder auch doch, jetzt gibt es ein paar mehr Sachen, Mana Void und sowas, hier gibt es mehr Einträge, die eben gerade noch nicht hier drin waren, das ist schon mal gut, ah, ich habe es gefunden, pass auf, guck mal, wenn ich hier drüber gehe mit der Maus und dem Buch, Sneak to View, da kann ich sneaken und Rechtsklick machen dann, und dann sehe ich hier den Mana Infuser, jetzt habe ich den richtigen Artikel gefunden, das war glaube ich vorher nicht da, und dann können wir weitergehen, so, und hier steht auch nochmal das Teil, wir brauchen jetzt folgendes, äh, wir brauchen ein dominantes Spark Augment, to pull Mana from Spark, ich muss die Sparks upgraden, das erklärt jetzt schon wieder einiges, dann gehen wir rüber, Alf Steel wird hergestellt, mit Ressourcen von Alfheim, und so weiter und so fort, so weit, so gut, dann können wir wieder hingehen, ähm, Spark, hier gibt es ja krassere, gibt den normalen Spark, Corporea Spark, Master Spark, und great, ich muss mal den Corporea Spark machen, da Ender Air Bottle, oh, das habe ich sogar, das habe ich sogar, weil ich schon am Ende, außerdem die Bottle eingesammelt habe, das ist okay, machen wir Schrift Rechtsklick, sammeln wir die Dinger ein, so, dann setze ich hier diesen besseren Spark drauf, kann ich nicht, dann ein Master Corporea Spark, vielleicht probiere ich das halt jetzt mal, Master Corporea, also der ist schon wieder, auch wieder besser, aber den kann ich hier auch nicht draufsetzen, aber ich glaube, ich habe auch nur falsch gelesen, ich brauche einen Dominant Spark Augment, also das hier mit, sowas hier, also die Sparks waren dann doch schon richtig, glaube ich, ich brauche einen Dominant Spark Augment, können Sie wieder draufklicken, okay, das hat funktioniert, das ist doch verschwunden gerade, dann brauche ich nochmal einen Dominant Spark Augment, auch schon, Feuerruhne schon wieder, aber die habe ich dann höchstwahrscheinlich im System drin, Dominant, so, und jetzt kann ich hoffentlich den Spark und den verbinden, und jetzt ist hier auch so eine 5, die schwebt da, oder irgendwas, was krasser ist, Dominant Spark Augment, den, 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 und jetzt hätte ich eigentlich gehofft, dass was passiert, aber es tut es immer noch nicht, okay, nächster Versuch, ähm, ich habe jetzt hier mal das Augment rausgenommen, ich bin ja am Recherchieren alles möglichen, hier steht, macht, dass der Spark Mana vom nächsten nicht augmentierten Pool in seinen eigenen reinzieht, und weil ich aber hier auch ein Augment drin hatte, konnte das Mana von dir vielleicht gar nicht darüber geschickt werden, das heißt, ich probiere es jetzt nochmal, indem ich das so mache, und jetzt geht's, oh mein Gott, der Fehler war, dass ich hier auch ein Augment reingemacht habe, man muss aber nur ins Ergebnis eins reinsetzen, alright, ja, und jetzt passiert hier auch endlich mal was, ja, ich, also ich hätte nur eins machen müssen, und das andere da nicht reinpacken, ich wollte hier noch einen neuen Pool hinmachen, äh, weil hier soll es ja auch rausgezogen werden, hier wird rausgezogen, ich glaube es sind anderthalb Pools, ich befürchte, dass es nicht ganz reichen wird, vielleicht war ich ein bisschen voreilig, aber ich hoffe mal, dass die Produktion jetzt gleich nachkommt, und mit einem bisschen Wartezeit, dieses Ritual sich hier dann auch beenden wird, könnte sehr knapp werden gerade, ja, guck mal, der ist gleich alle hier, aber die Items sind ja da so special reingelegt, die sind ja nicht gedroppt, also, oh doch, sie, oh nein, oh nein, bitte sag mir nicht, dass, dass die doch gedroppt sind, und jetzt geht's wieder von vorne los, ich muss warten, bis alles voll ist, glaube ich, jetzt habe, jetzt muss ich beide Pools wieder voll machen, Leute, ich hatte eigentlich gehofft, dass es schneller geht, aber wir hauen es jetzt durch, beide Pools sind voll, komplett, wir legen hier rein, hier rein, und hier, nein, oh, ich sammle das jedes Mal auf, wer hat sich denn das überlegt, dass man das wieder einsammelt, hier, ich muss Abstand halten, ich dachte, man legt das da rein, wie ich es auch hier auf diesen Altar lege, oder so, und da kann ich es ja nicht rauspicken, das ist eigentlich mal rechtsklick, so, aber das hat jetzt, oh, was, was, oh nein, ich habe es gar nicht gebraucht, die ganze, das ganze Mana, nein, es hat nur den Rest gebraucht, es ist nicht resettet worden, und ich habe die auch, ich hätte die Mana Pools nicht voll machen müssen, hin und her, eine Komplettkatastrophe heute hier, Alf Steel Nuggets, ich, ich gehe weiter, ich, das ist hier schon wieder, das ist schon wieder so ein Ding hier, ähm, aber warte, wir holen uns Terra Steel, das müsste ich aber jetzt hier logischerweise drin haben, wenn wir erstmal so einen normalen Pylon, ah ne, warte, ich brauche vier hiervon, oder, also wir wollen Gaia Pylon, brauche ich vier, dann brauche ich hiervon, logischerweise vier, und hiervon auch vier, also, zwei, ich könnte noch ein bisschen neues machen, Mana Steel machen, weil da haben wir auch immer genug, den, den, Mana Steel raus, den, den, so, jetzt haben wir vier Stück hiervon, die upgrade ich zu den grünen, dafür brauche ich aber Terra Steel entsprechend, und bitte sag mir, dass wir, dass wir genügend haben, und zwar, da will ich jetzt hier, ich hoffe mal, ah ne, warte, ich hoffe, ich hoffe, das reicht, bitte lass es reichen, bitte lass es reichen, das reicht, ja, es reicht, oh mein Gott, das war ultra teuer, und dann habe ich hier schon mal die gelben, und dann müssen wir noch die, diese Pylone machen, und ich glaube, dafür muss ich noch ein bisschen mehr, an, äh, von diesen, Mana Steel durchwerfen, komm her, Mana Steel, schmeiße ich mal 32 durch, einfach, weil wir es können, weil das hier jetzt nicht so teuer, das kostet witzigerweise kaum Mana, die fortgeschrittenen Ressourcen zu machen, aber wenn soll's, so, und dann nochmal neue Gaia Pylone, da tue ich mal alles raus, boom, drei Stück, Gaia, nicht Gia, sondern Gaia, there we go, und dann haben wir die Gaia Pylone fertig, und jetzt heißt das, Quest Complete erstmal, und wir gehen jetzt hier ins, ähm, Recipe irgendwo rein, ich glaube, das kann ich mir auch darstellen, wie man dann Gaia besiegt, bei Alfheim, glaube ich, ne, das waren Resources of Alfheim, aber, irgendwo war das, ich werde's finden, und wir werden mal, ne, das hier, Alfheim Momentsee, dann brauchen wir Ritual of Gaia, Crafting Gaia Pylone, das hab ich, jetzt brauch ich noch ein Beacon, mit Eisenblöcken, und dann muss ich Sneak Click mit dem Terra Steel Inget machen, härter als der Wither, ich würde sagen, wir machen den in der Farming Dimension auch, okay, dann hol ich jetzt gerade mal einen, Beacon sollte ich haben, dann hab ich, ähm, Iron Blocks, hab ich auch als Base, und dann können wir einen Terra Steel drauf, und wir gehen die Farming Dimension, also, ich hab halt die Mechanism Rüstung, und das sollte eigentlich für uns ausreichen, und falls ihr euch fragt, was wir gerade noch so am Essen sind, also, ich hab hier nichts mehr in der Offen, ich hab jetzt hier einen Rucksack mit Feeding Upgrade, und hier sind, ähm, Imperium Äpfel drin, die uns Regeneration 2 geben, Resistance Speed and Absorption, das hatte ich reingemacht für Blood Magic, damit wir immer schön uns selbst opfern können, weil wir Regenerationsaffekt kriegen, aber das ist mal eine andere Geschichte, ja, dann hol ich jetzt hier das Lexica Botania wieder raus, dann geh ich mal wieder zurück, Ritual, jetzt klick ich mir auf Visualize, dann setze ich den mal dahin, dann baue ich das mal, hier auch auf, ich weiß nicht, ob ich den Beacon aktivieren muss, aber wir setzen einfach mal hin, ich glaube erstmal nicht, und dann muss ich, glaube ich hier, also erstmal nur Stützpunkte, damit hier die Pylone drauf kommen, ja dann, ey Leute, ich sag's euch, ich teste das jetzt, wir ziehen das durch, ich bin gespannt, was bei rumkommt, so nochmal und so nochmal, und jetzt müsste das ja Komplett sein, genau, dann kann ich hier hingehen, die Teile weg machen, dann bin ich mal gespannt, was der Gaia drauf hat, ich hab ein gutes Schwert, wenn er stärker als Wither ist, ist das okay, sollte für mich easy noch sein, äh, Schiffrechtsklick, there we go, dann ist, oh mein, ich kann doch gar nicht hier raus, guck mal, bong, zeig her, Guardian of Gaia, okay, das ist einfach nur ein, ja gut, dann mit dem Schwert und allem, ja der glitscht schon ein bisschen durch die Gegend hier, muss ich sagen, aber ganz ehrlich, der hat meinen Skin, hat der übernommen, das sind Schatten von meinem Skin, ich seh die Redstone Fackel, ich hab ja Regeneration dann alles drin, was sollte, gibt's eigentlich hier, oh, das komische Fluttervieh, hier hab ich einfach mal geklatscht noch, aber der macht nichts, der kann mir keinen Schaden machen, denk ich mal, oh, irgendwo in der Luft ist der, und fliegen kann ich hier drin auch nicht, ja, dann beschwör mal ein paar Mobs oder so, die ich hier wegkloppen kann, ich glaub, der Fight ist halt für mich jetzt easy, oh ja, ja genau, Wither Skelet, kämpft euch mal gegenseitig hier, äh, schön, dass du da raus bist, kann ich hier mit dem Bogen oder so, zufällig, ne, Pfeile prallen ab, natürlich, ne, ja, ich glaub, das ist jetzt, wo ich mich erstmal verteidigen muss, gegen eine Armee von Mobs, die der beschwört, die Frage ist, wann der wieder, da oben runterkommt, ich hoffe mal, die Waves sind durch, jetzt, jetzt ist er durch, Boom, zeige ich her, und das hat geklappt, Dead and Seek, wir haben, wir haben es im Moment da, acht Gaia Spirits, ah, es ist, es ist geschafft, Leute, wir haben es, acht Gaia Spirits haben wir bekommen, und einen davon brauche ich, für meine Quest, das ist es, erstmal, hier kann ich wieder Erclaim dann, wir können hier auch über Erclaim, obwohl das weitestgehend nur XP gab, hier steht nur, irgendwie mit der Range, oder, da kann man ein Netzwerk machen, ich brauche einen Master, Cobraia Spark, und sowas, Range of Eight Blocks, aber das ist egal, da bin ich, müssen wir nicht hin, abgehakt, sehe ich, das sieht gut aus, hier hinten können wir halt noch irgendwie ein Dice of Fate machen, oder so, da kann man eine härtere Version spawnen, und das ist halt so ein Relic, aber, so, ich weiß nicht, ob ich das noch benötige, kriegt mal den Key of the King's Law, der war mal geil, wo du so eine schöne Attacke machen kannst, und sowas, da kriegst du hier die so OP-Items jetzt raus, ich glaube, ich weiß nicht, ob er die früher anders gekriegt hat, bin mir gar nicht mehr ganz sicher, aber naja, hier kann man dann irgendwas draus machen, aber, das hat schon gereicht, für alles, was wir jetzt erstmal für unseren All the Monster brauchen, der hat auch Prio, ich würde es halt so gerne für Create-Fedig kriegen, deswegen, würde ich auch sagen, ähm, haben wir gemacht, haben wir geschafft, okay, bye, und back to the base, und dann kann ich jetzt gleich mal schauen, das war das Richtige, ne, Gaia Spirits, wenn ich jetzt hier auf unser übergeordnetes All the Monster Ding gehe, hier drauf, ja, 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 haben wir, jetzt viel noch Productive Beast, das Dragon Egg, Focus on Summoning von Ars Novo, ich hoffe, man hat das dort nicht so lange, dann haben wir das, ne, Pressurized hier, ein paar Technik-Sachen müssen wir noch machen, das kommt dann als nächstes, ähm, Applied Energistics, die Singularität muss ich machen, in Create-Arm, Leute, wir kriegen es hin, denke ich, vielen Dank fürs Zuschauen, war wieder eine gestört lange XSL-Folge, wir sehen uns bis zum nächsten Tags, Garten und, ciao, ciao, okay, bye,